Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns in der SAC an, wie du ein Datenmodell aus einer Story wieder löschen kannst und auf was du achten solltest. Dazu sehen wir uns gemeinsam ein Beispiel an und zwar werden wir zu Beginn eine neue Story erstellen und zwar befinde ich mich hier auf der Startseite und werde nun eine neue Story anlegen mit einem Grafikbereich. Ich wähle optimiert das Entwurfserlebnis, schließe die Seitennavigation und kann nun bereits mit der Anbindung eines Datenmodells beginnen. Um ein Modell hinzuzufügen, gibt es im Bereich Mehr diese drei Punkte und darin gibt es unter Werkzeuge neue Daten hinzufügen. Ich selektiere das und habe nun drei unterschiedliche Quellen, welche ich als Modell verwenden kann. Einerseits aus einer Datei oder aus einer Datenquelle oder aus einem Modell. Ich verwende nun ein Modell und kann hier auf die Beispielmodelle in der SAC zurückgreifen. Ich verwende den Verkaufsmodell und bekomme hier bereits die Information, dass das Modell erfolgreich in der Story angebunden worden ist. Das heißt, wenn ich hier nun eine Tabelle anlege, kann ich bereits die ersten Zahlen darstellen. Hier kann ich keine Filterung durchnehmen. Das heißt, ich sehe zwar keine Zahlen, jedoch zielt das Video darauf ab, nun dieses Modell wieder aus der Story herauszunehmen. Dazu müssen wir nicht diese Tabelle löschen, sondern wir klicken wiederum auf diese drei Punkte mehr und können dort wieder unter neue Daten hinzufügen, das bereits importierte Modell Sales Sample Model selektieren und haben dort den Menüpunkt entfernen. Ich bekomme noch einen Hinweis, dass ich sozusagen diese Tabelle, wo dieses Modell verwendet wird, vorher löschen muss, damit es aus der gesamten Story gelöscht werden kann. Ich führe das nun durch. Ich lösche nun diese Tabelle. Ich klicke wieder auf diese drei Punkte und kann nun das Modell entfernen. Das ist der eine Weg. Es gibt noch einen weiteren und zwar, wenn ich wiederum die Daten hinzufüge. Ich wähle nun ein anderes Modell und würde nun ohne eine Auswertung oder ohne eine Verwendung dieses Modells diese Story speichern wollen, so bekomme ich den Hinweis, ob ich nicht das Modell entfernen möchte oder ob ich es beibehalten möchte. Somit habe ich hier eine weitere Möglichkeit, das Modell zu entfernen. Wenn du jedoch in der Situation bist, wo du eine Auswertung hast, angenommen diese hier, könnten hier noch Zeilen hinzufügen. Mal sehen, ob es jetzt brauchbare Daten gibt. Jawohl. Angenommen, wir haben diese Auswertung und möchten das Modell nun nicht entfernen, sondern wir möchten das Modell ändern oder anpassen. Das könnte zum Beispiel bei Abfragen der Fall sein. So kannst du hier auf die Anzeige klicken, damit das rechte Menüband aufklappt. Und hier oben gibt es diesen Bleistift. Hier sehen wir zunächst, dass die Datenquelle dieses Modell entspricht. Und hier mit diesem Bleistift haben wir die Möglichkeit, das Primärmodell zu ändern. Ich bekomme noch einen Warnhinweis, dass eben möglicherweise die Auswertungen logischerweise dann nicht mehr so funktionieren werden. Ich klicke auf OK und kann somit auf ein anderes Modell umstellen oder auch auf eine andere Abfrage wechseln und bietet somit eine gewisse Flexibilität bei der Erstellung von Stories. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Falls du Fragen oder auch Ideen hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich sehr darüber und freue mich auch sehr, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.